Etwas, was uns Menschen zu Menschen macht, einfach da sein. Da sein dürfen und können, Freude daran haben, dass man da ist, egal wie die Umstände sind. Mit den ganzen Spansoren, die da sind, möchte man einen Handyabdruck machen auf dieser Seite. Das möchte man verewigen, dass viele Hände da mit haben. Das möchte man verewigen, dass viele Hände da mit haben. Das möchte man verewigen, dass viele Hände da mit einem Handyabdruck machen können.